Ich bin Psychotherapeutin geworden, weil ich mich schon seit meiner Jugend für die Menschen mit ihren seelischen Facetten und Abgründen interessiere. Am personenzentrierten Ansatz spreche ich mich an, dass Beziehung zwischen Therapeutin und Klient zentral für den therapeutischen Prozess ist. In Beziehung sein ist grundsätzlich für mich etwas sehr Wichtiges. Für mein Leben hat der personenzentrierte Ansatz bewirkt, dass ich positiver und weniger defizitorientiert durch die Welt gehe.